Willkommen bei meinem Podcast Liebe mit vollem Reifen. Heute hört ihr die Einleitung vom Ehepaar Martin zu den Katechisen der Theologie des Leibes, und zwar den Abschnitt A und B. Die beiden Abschnitte beziehen sich auf den ersten Teil und den Abschnitt C werdet ihr zu einem späteren Zeitpunkt hören. Einleitung A. Allgemeiner Überblick Die Ziffern nach Zitaten geben die Nummern der Katechesen an, aus denen sie entnommen sind. Zunächst soll in einem kurzen Überblick die Gesamtstruktur der zusammengehörenden Mittwochskatechesen Papst Johannes Pauls II. von 1979 bis 1984 dargestellt werden. Daran schließt sich dann eine mehr ins Einzelne gehende Einleitung an. Am 5. September 1979 begann der Papst mit seinen den Entwurf einer theologischen Anthropologie, christliches Menschenbild, anzielenden Katechesen, die er schon vor seiner Papstwahl als Buchmanuskript ausgearbeitet hatte und die er nunmehr über mehr als fünf Jahre in einem langen Bogen als Mittwochsansprachen vortrug. Sie bestehen aus zwei Teilen. Erster Teil, die Worte Christi. Zweiter Teil, das Sakrament. Oder auch, wie er in der letzten Ansprache der Katechesen rückschauend sagte, erster Teil, die menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan. Zweiter Teil, die Erlösung des Leibes und die Sakramentalität der Ehe. Das Attentat vom 13. Mai 1981 und die anschließende lange Rekonvaleszenz erzwangen eine Unterbrechung der Katechesen. Im November nahm der Papst den Faden wieder auf und führte den ersten Teil mit der Ansprache vom 21. Juli 1982 zu Ende. Am 28. Juli 1982 begann er dann den zweiten Teil, dessen letzte Katechese am 28. November 1984 hielt. Im ersten Teil scheint es zwar auf den ersten Blick so, als sei hier nur die Rede vom Menschen, insofern er als Mann und Frau auf Ehe und Familie hingeordnet ist. Dementsprechend stehen im Mittelpunkt der exegetischen Betrachtungen des Heiligen Vaters 1. Christi Gespräch mit den Pharisäern über die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe, indem er auf den Anfang Bezug nimmt. Matthäus Kapitel 19, Vers 8 Markus Kapitel 10, Vers 6 bis 9 2. Die Worte, die Christus in der Bergpredigt, über die Begehrlichkeit als im Herzen begangenen Ehebruch gesprochen hat Matthäus Kapitel 5, Vers 28 und darauf aufbauend 3. Die bräutliche Bedeutung des Leibes, vor allem im Blick auf die Auferstehung und Vollendung des Menschen Bei näherem Zusehen jedoch erweist sich die Analyse und Exegese des Papstes in ihren Rückgriffen auf Genesis Kapitel 1 bis 3 auf Aussagen des Alten und Neuen Testaments, die Synoptika Johannes und dann im zweiten Teil auf verschiedene Paulusbriefe und so weiter, als Entwurf einer umfassenden christlichen Anthropologie. Das kann auch gar nicht anders sein, weil es keine zwei unterschiedlichen christlichen Menschenbilder gibt, eins für ehelich Lebende und eins für unverheiratet lebende Christen. Der einheitsstiftende Basissatz der hier vorgelegten Anthropologie ist die Aussage, dass der Mensch sich nur durch die Hingabe, das Schenken seiner selbst, an ein anderes, personales Zu verwirklicht, das heißt, sich findet. Im zweiten Teil folgt die paulinische Ausdeutung der menschlichen Leiblichkeit. Auf ihrem Hintergrund wird deutlich, dass der Körper des Menschen nicht etwas ist, was er hat, sondern dass er zu seinem Sein gehört, also etwas ist, was er ist. In dieser Dimension wird die bräutliche Bedeutung des Leibes auch grundlegend für die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen die integrierender Bestandteil einer christlichen Anthropologie ist. Ehe und Ehelosigkeit, das ist das völlig Neue gegenüber der Tradition des Alten Testaments, erklären und ergänzen sich also gegenseitig. Von da ausgehend erhalten die Aussagen des heiligen Paulus zu Ehe und Ehelosigkeit neue Aspekte. Auf der Basis dieses für alle verheiratete und ehelose geltenden Entwurfs einer christlichen Anthropologie wird nun auch die besondere Berufung zur christlichen Ehe deutlich. Paulus entfaltet sie in der Theologie des Leibes, die im Brief an die Epheser enthalten ist. Hier entschleiert sich das große Geheimnis im Heilsplan Gottes als ursprünglichstes Sakrament der Schöpfung, als Genesis-Exegese im ersten Teil schon dargestellt und als Schauplatz der Heilsgeschichte Erlösung. Die anschließenden Überlegungen des Papstes zur Ehe als Sakrament im engeren Sinne werden unter Berücksichtigung der beiden für dieses wie für jedes andere Sakrament wesentlichen Dimensionen, der des Bundes und der Gnade sowie der des Zeichens, angestellt. Auf dem Hintergrund der gesamten exegetischen Ergebnisse der Interpretation des Alten und Neuen Testaments ist nun der Schlusspunkt und gewissermaßen als Frucht am Ende auch die Vertiefung zentraler Aspekte von Humane Vitae möglich. Für Johannes Paul II. scheinen sämtliche Überlegungen, die von der Erlösung des Leibes und der Sakramentalität der Ehe sprechen, gewissermaßen einen umfassenden Kommentar zu der in der Enzyklika Humane Vitae enthaltenen Lehre darzustellen. In diesem Sinn fasst er seinen ganzen Zyklus über diese fünf Jahre von 1979 bis 1984 auf als eine Antwort auf die Aufforderung Pauls VI. an die Theologen, Vergleiche Humane Vitae Nr. 24, die Darstellungen der christlichen Wahrheit in diesem Bereich zu vertiefen. Johannes Paul II. hatte diesen Aufruf an die Theologen in seinem eigenen apostolischen Lehrschreiben Familiaris Consortio aufgegriffen und intensiviert mit der Bitter die biblischen und personalistischen Gesichtspunkte der in Humane Vitae enthaltenen Lehre vollständiger herauszuarbeiten. Es ist nun an den Theologen die Lehre des Heiligen Vaters aufzugreifen und weiter zu vertiefen. So ist es jedenfalls sein Wunsch. B. Spezielle Einleitung in den ersten Teil Die Worte Christi Der Papst beginnt seine Betrachtungen, in denen er im ersten Teil die Uroffenbarung aus der Situation von heute befragt, mit dem Hinweis, dass sie hingeordnet sind auf die Bischofssynode 1980. Es ist das Anliegen des Heiligen Vaters mit seinen Exegesen Sinn, Bedeutung, Funktion und Ziel der Leibhaftigkeit des Menschen in Zeit und Raum und Ewigkeit zu erhellern. Der Gang seiner Überlegungen beginnt bei der Betrachtung des Menschen im Zustand der Urunschuld nach der Erschaffung, als er zunächst allein die übrige Schöpfung betrachtet und sein Alleinsein erfährt, das durch die Erschaffung des zweiten Menschen aufgehoben wird. In der Communio Personarum des ersten Menschenpaares ist ihre Personengemeinschaft noch ganz integriert, durchwaltet und durchlichtet vom gemeinsamen Aufgehobensein in der Gegenwart Gottes, des Schöpfers. Sie wandeln gemeinsam und leibhaftig im Paradies des Gartens Eden. Communio Personarum An dieser Stelle sei etwas zum Begriff Communio Personarum gesagt, weil dieser Begriff einer der wichtigsten Schlüssel zum Verständnis der Texte des Heiligen Vaters ist. Der Begriff taucht an vielen Stellen auf, ohne dass er jedes Mal näher erklärt werden kann. Die nun folgenden zusammenfassenden Bemerkungen mögen dem Leser helfen, die mitschwingenden Bedeutungsebenen zu erfassen und im Zusammenhang zu verstehen. Dennoch ist hier natürlich nicht der Ort für eine ausführliche, alle philosophischen und theologischen Aspekte der Communio Personarum berührende Erörterung des Begriffs. Zunächst einmal wird der Begriff bewusst in seiner lateinischen Fassung verwendet, weil alle Übersetzungen, in welcher Sprache auch immer, nicht die Bedeutungsfülle wiedergeben und zugleich die Präzision erreichen, die der lateinischen Sprache eigen ist. Wollte man diese zum Beispiel im Deutschen auch nur annähernd andeuten, so müsste man mehrere Begriffe verwenden, etwa Personengemeinschaft, interpersonale Gemeinschaft, Personenkommunion, innige Vereinigung von Personen, Kommunionbeziehung von Personen, personales Liebesbündnis, bündnishafte Gemeinschaft von Personen, gemeinschaftliches Personensein in der Wahrheit des Anfangs der Erlösung und der Vollendung, personale Liebesvereinigung, liebende Verschmelzung von Personen und andere mehr. In diesem Sinne ist der lateinische Begriff gewissermassen unübersetzbar. Er umfasst sowohl eine ontologische Beschaffenheit der Person in ihrem Sein als Individuum und Gemeinschaftswesen als auch eine dynamische Komponente des Sollens, in der die Fähigkeit, eine Gemeinschaft mit anderen Personen eingehen zu können und zu müssen, realisiert wird. Denn die Kategorie der Kommunio kann auf der Grundlage der Analogie für verschiedene interpersonale Relationen und soziale Beziehungen angewendet werden, das heißt sowohl für Beziehungen zwischen Gott und dem Menschen als auch zwischen den Menschen selbst. Dabei spielt die Wechselseitigkeit von Schenken und Empfangen, von Gabe und Geschenk, von sich Schenken und Angenommen werden eine zentrale Rolle, weil der Mensch den Gott als einziges Geschöpf auf Erden um seiner selbst willen gewollt hat, nicht anders zu sich selbst finden kann als durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst. Gaudium et Spes Nr. 24 In diesem Kommunio-Charakter des menschlichen Seins und der Person dokumentiert sich die Kommunio-Personarum als eine ethische Realität, für die die Gabe der Person, das Geschenk der Person wesentlich ist, die man allerdings nicht begreifen kann, ohne zuvor das Sein und den Wert zu erfassen, den jede Person darstellt. Die Kategorie der Gabe, des Geschenks, ist von Anbeginn in die menschliche Existenz von Mann und Frau eingeschrieben. Der menschliche Leib gehört wesentlich mit in diese Beziehung hinein. Er ist Ausdruck einer Kategorie der Gabe, und zwar in seiner ganzheitlichen Personaleneigenart, die das Geschlechtliche mit umfasst. Darin offenbart sich ontologisch die grundsätzliche bräutliche Bedeutung des Leibes, die sich geschichtlich in der Kommunio-Personarum der ehelichen Vereinigung von Mann und Frau realisiert, als jenem reinen personalen Akt, in dem sich die Eheleute einander gegenseitig schenkend annehmen, das sich gegenseitig mit dem Menschsein beschenken. So verlangt also die gemeinsame Wirklichkeit des menschlichen Status in der Schöpfungsordnung des Paradieses, des Sündenfalls und schließlich der Erlösung durch, mit und in Christus, Status naturae creata, lapset redempte, nach einer besonderen theologischen Synthese in einer Theologie des Leibes, um richtig und angemessen die grundlegende Tatsache, die die ehrliche Gemeinschaft darstellt, zu interpretieren, diese besondere Kommunio-Personarum, der das Sakrament der Ehe endgültig Gestalt verleiht. Im Zustand der Ur-Unschuld bestand die Kommunio-Personarum in der ungebrochenen Gemeinschaft, deshalb des fehlender Scham, des ersten Paares untereinander und zugleich mit Gott. Es war ein vollkommener Liebesbund zwischen Mann und Frau, aufgrund der Ebenbildlichkeit mit Gott. Die Spannung zwischen Identität und Differenz wurde noch nicht als Desintegration, als Zwiespalt im Leib empfunden. Vielmehr lebten sie in voller objektiver und subjektiver Harmonie, die der Schöpfer dem Leib geschenkt hatte und der die Harmonie der Herzen entsprach. Diese Harmonie oder genauer die Reinheit des Herzens ließ Mann und Frau im Zustand der Ur-Unschuld einfach und auf eine Weise, die ursprünglich beide glücklich machte, die einigende Kraft ihrer Körper erleben, die sozusagen die unverdächtige Grundlage ihrer personalen Vereinigung oder Communio-Personarum war. Diese ursprüngliche Einheit von Mann und Frau wohnt als ursprünglichstes Sakrament geheimnisvoll in der Schöpfung, auch nach dem Sündenfall, in dem die Harmonie des gemeinsamen Wandels miteinander und mit Gott im Garten Eden zerbrach. Der Riss des Abfalls, der mitten durch das Herz des Menschen geht, wird durch die Erlösung Christi grundsätzlich wieder geheilt, aber die Communio-Personarum ist zukünftig eine mühevolle Aufgabe, der der Mensch sich in dieser Zeit unterziehen muss. Die Orientierungsnormen für die Verwirklichung dieser Aufgabe kann der Mensch aus Schöpfung und Erlösung herauslesen. Die weiterhin geltende bräutliche Bedeutung des Leibes, die Selbstfindung durch die Hingabe seiner Selbst in der Freiheit, der Wahrheit der Person, der Person als Gabe und Geschenk. Die Beherrschung der Begehrlichkeit, durch die die Reinheit des Herzens erreicht werden kann. Die sakramentale Einheit von Mann und Frau in der christlichen Ehe als Dreibund mit Christus. Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen als vorweggenommene Darstellung der eschatologischen Vollendung. Auf diese Weise vermag der Begriff Communio-Personarum auch etwas von der endzeitlichen Gemeinschaft der zukünftigen Communio-Sanktorum, der Gemeinschaft der Heiligen, aufleuchten zu lassen, in der Gott alles in allem ist und die in der endgültigen Einheit von Leib und Seele unter der Herrschaft des Geistes auch die Vollendung des vom ewigen Leben des strahlten Leibes bringen wird. An dieser Stelle wird deutlich, wie Papst Johannes Paul II. mit dem Begriff der Communio-Personarum eine Integration der drei Dimensionen von paradiesischem Schöpfungszustand, von Erlösungswirklichkeit in der Geschichte des Bundes und der Gnade und von eschatologischer Vollendung gelingt. Der Sinn des Anfangs und der Vollendung ist die Communio-Personarum der Menschen untereinander und mit Gott, die in der Leibhaftigkeit des heute der Geschichte mühsam erobert werden muss. Mit anderen Worten, im vollverwirklichen Ethos der Communio-Personarum fallen die drei Dimensionen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zusammen. Der Begriff der Communio-Personarum besitzt von daher nicht nur einen theologischen, philosophischen und anthropologischen Charakter, sondern vor allem auch eine Bedeutung für die Konzeption einer christlichen Sozial- und Gesellschaftslehre. Die Realisierung der Ehe am Anfang im Sinn eines Schöpfungsplanes ist das Paradigma für die Gemeinschafts- und zugleich Gottbezogenheit des Menschen als Person. Dadurch, dass die Person einerseits auf Gott, Schöpfung bzw. Christus, Erlösung, und andererseits auf das Du, Ehe, hingeordnet ist, gelingt dem Begriff der Communio-Personarum eine Austarierung von Individualität und Gemeinschaftsbezug, die gleichermaßen die Gefahr des Individualismus, Person ohne Communio, wie des Kollektivismus, Communio ohne Person, vermeidet in der integrierenden Gleichzeitigkeit von Personalisierung und Kommunionisierung. Alle den Menschen bestimmenden Folgeverhältnisse wie Stamm, Volk, Kultur, Gruppe, Kirche, Verbände, Institutionen und so weiter, müssen von dieser Grundbefindlichkeit des Menschen her bemessen werden. Im Paradigma der Communio-Personarum nimmt der Heilige Vater den Menschen aus all den heutigen gängigen Erklärungen und Deutungen, etwa der Rollentheorie der Sozialwissenschaften heraus und stellt ihn in die Dimension der Wahrheit seines Seins. Er ist nicht einfach hin etwas in der Geschichte, er soll etwas, er hat eine Aufgabe, eine Sendung, einen Auftrag. Er ist nicht angeklagt, sondern angerufen. All das schwingt mit, wenn der Ausdruck Communio-Personarum in den folgenden Ausführungen gebraucht wird und deshalb muss man es auch mithören, um zu verstehen. Christus beruft sich auf den Anfang. Die Leibhaftigkeit der Einheit von geistziele Körper wird zwar nicht zerstört, aber zerrüttet, korrumpiert durch den Sündenfall, der das Paar aus der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott herauswirft. Sie werden vertrieben. Dabei wird aber nicht nur die Beziehung zum Schöpfer getroffen, sondern auch die Integrität der gegenseitigen Beziehungen. Das bisher heile und unverdorbene Konzept der Communio-Personarum wird künftig durch den Riss der Begehrlichkeit entstellt, die den Menschen auf sich selbst zurückwirft. Die nun folgende Heilsgeschichte der Menschheit ist die dramatische Bühne, auf der sich der mühevolle Prozess des immer neuen Anlaufs zur Heiligung dieses Risses in der menschlichen Natur abspielt. Höhepunkt und Wende der Geschichte ist die Inkarnation, die Fleisch- und Leibwerdung der zweiten Person in der Trinität. Christus erlöst den Menschen durch sein Leiden und Kreuz. Durch seinen Tod und seine Auferstehung wird das unverfälschte Konzept des Menschen im unbedingten Gehorsam gegen Gottes Plan wiederhergestellt. Einerseits im Ideal der Ehelosigkeit um das himmelreiches Willen, das den endgültigen Stand in der Vollendung der Schöpfung am Ende der Zeiten vorwegnimmt, andererseits im Ideal der christlichen Ehe, indem die Ehe von Christus zu einem Sakrament erhoben wird und dadurch sich die Erlösung in der ehelichen Gemeinschaft vollziehen kann. Die Bedeutung der Körperlichkeit des Menschen, seiner Existenz im Fleisch, wird so einerseits durch die Jungfreulichkeit um das himmelreiches Willen erlösungsgeschichtlich weitergeklärt und findet andererseits ihren großartigen Ausdruck in der Theologie der Ehe, die sich zu einer Ethik, Spiritualität und Pädagogik der christlichen Ehe ausformen lässt. Grundlage für beide Wege in der Kirche ist eine Theologie oder auch Spiritualität des Leibes, ohne die die Lehre der Kirche über Ehelosigkeit und Ehesakrament nicht zu verstehen ist. Den Beweisgang für diese kurze Gedankenskizze setzt der Papst bei der Frage der Pharisäer nach der Unauflösigkeit der Ehe an. Christus lässt sich mit ihnen nicht auf eine juristisch-kasuistische Diskussion ein, sondern verweist sie auf den Anfang, das heißt auf die ersten Kapitel der Genesis, den Schöpfungsbericht. Aus ihm deutet der Papst die ursprüngliche Einheit von Mann und Frau, die dem Geheimnis der Schöpfung inne wohnt. Er verknüpft in einer kunstvollen Exegese die verschiedensten Stellen der Genesis des Alten Testaments und der Evangelien des Neuen Testaments miteinander, wobei er nicht nur an den Intellekt appelliert, sondern auch an die Überzeugung anknüpft, dass der Mensch zwar einerseits durch Christi Worte in den Evangelien, Bergpredikt und so weiter, von außen angerufen ist, aber zugleich in seinem Inneren den Wiederhall jenes Anfangs zu vernehmen mag, der in seinem Herzen unauslöschlich eingeschrieben ist und der ihm sagt, wer und was der Mann für die Frau und die Frau für den Mann im Schöpfungswerk und in der Erlösertat Christi ist bzw. sein soll. Es gibt so etwas wie eine intuitive, aus dem innersten Wesen des Menschen kommende Zustimmung im Sinne des sicheren Wissens, ja, das ist die Wahrheit. Ähnliches mag man empfinden beim Lesen der Gedanken des Papstes. Der Heilige Vater bietet eine äußerst klare und harte Widerlegung des Manichäismus, indem er den Leib und die Körperlichkeit des Menschen in aller Deutlichkeit als etwas Positives, als Gott gewollt darstellt, als die Weise, in der der Mensch sich mitteilt und in dessen aufrichtiger Hingabe, das heißt in der Wahrheit des Schenkens, er sich selbst verwirklicht. Damit eröffnet er Mann und Frau eine Sichtweise ihrer Existenz, in der sie sich als Eheleute im Sakrament selbst verwirklichen können und einen Weg des Heils und der Heiligung finden. Der erste und zweite Schöpfungsbericht der Genesis liefern eine solide Basis für die anthropologische und ethische Begründung einer Theologie des Leibes. Im gedanklichen Rückgriff von heute auf den Urzustand wird die Barriere des Sündenfalls überwunden und damit zugleich die Möglichkeit der Erlösung des Leibes angezeigt. Der Anfang dokumentiert die Zielgestalt der Erlösung des Leibes in Christus. Zwar ist der Mensch als Imago Dei nach dem Bild und Gleichnis Gottes erschaffen, aber dies bezieht sich nicht nur auf seine ontologische Beschaffenheit als individuelle Person, sondern ebenso auf seine seinsmäßige Hingeordnetheit auf andere Personen, auf ein antwortendes Zu, wie ja auch Gott als Trinität Gemeinschaft Communio ist. Denn der Mensch ist nicht nur durch sein Menschsein als solches, sondern auch durch die personelle Gemeinschaft, die Mann und Frau von Anfang an bilden, zum Abbild und eben Bild Gottes geworden. Das Erlebnis des Alleinseins des Menschen im Genesisbericht ist angesichts der Andersartigkeit der übrigen Geschöpfer ein körperliches Erlebnis, was darauf hinweist, dass die leibhaftige Erfahrung des Menschen die ihm entsprechende Erfahrungsweise gemäß dem Willen seines Schöpfers darstellt. Die Überwindung dieses Alleinseins durch die Erschaffung Evas zeigt an, dass erst in der Gemeinschaft von Mann und Frau der Mensch ganz vollständig ist. Dass Mann und Frau sowohl in der Individualität ihrer Personalität als auch in der Einheit der Communio Personarum eben Bild Gottes sind, dass erst die Einheit der beiden Ausprägungen des Menschen, eben das Mann sein und das Frau sein, die vollständige Verwirklichung des göttlichen Planes mit dem Menschen repräsentiert. Denn der Mensch wird nicht so sehr im Augenblick seines Alleinseins als vielmehr im Augenblick der Gemeinschaft zum Abbild Gottes, weil er auch und ganz wesentliche Abbild einer unergründlichen göttlichen Gemeinschaft von Personen ist. Dass das Alleinsein um des himmelreiches Willen im jungfräulichen Stand dem nicht widerspricht und noch vielmehr eine Unvollständigkeit oder gar Verkümmerung des Menschen bedeutet, ja unter es sich orthologischem Aspekt sogar ein Mehr darstellt, legt der Heilige Vater an anderer Stelle, besonders im zweiten Teil, in aller Deutlichkeit dar. Das Eigenartige, das aus der Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott dem einen und zugleich Dreifaltigen herrührt, ist, dass einerseits die Individualität der Person auch in der Communio Personarum der Ehe enthalten bleibt und andererseits die soziale Komponente des Menschen auch in der individuellen Lebensweise der Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen in der Communio Personarum mit Christus zum Ausdruck kommt. Dass der Papst die grundsätzlich für beide Stände geltende Bedeutung der bräutlichen Dimension des Leibes vornehmlich, aber nicht nur an der Ehe darstellt, hängt von der besonderen phänomenologischen Deutlichkeit ab, mit der sie vom Schöpfer hineingelegt am Wesen von Mann und Frau abzulesen ist. Der durch die Gabe des Du vom allein seiner Lüste Mensch erfährt sich in der beglückenden Communio Personarum des Urpaares des Mannes wie der Frau, also Adam und Eva, zugleich auch als in die Gemeinschaft mit Gott gestellt. Das heißt, er macht die Erfahrung seiner von Gott geschenkten Existenz nicht nur als Individuum und Einzelperson, sondern im sozialen Bezug der Communio. Sogar als der Mensch im Sündenfall dieser Einheit durch seine falsche Entscheidung, durch seinen Ungehorsam selbst desintegriert und dadurch in die Spannung der Erkenntnis von Gut und Böse mit dem bekannten Hang zur bösen Begehrlichkeit hineingerät, vermag ihm die Erfahrung der Scham als Grenzerfahrung, die Sehnsucht zu vermitteln, gemäß seinem personalen Wert angenommen zu werden, mit anderen Worten, die Möglichkeit, Geschenk, Gabe zu sein und entsprechendes auch zu empfangen, ist ihm geblieben. Die bräutliche Bedeutung des Leibes durchstrahlte in der ursprunghaften Unschuld des Urzustandes in aller Klarheit die Communio Personarum als ursprünglichstes Sakrament, sodass sie sich nicht voreinander schämten. Das Epiteton Bräutlich ist ein Schlüsselwort der theologischen Anthropologie Papst Johannes Paul II. weist es doch weit über die Ordnung dieser Zeit, in der man es lediglich verengt, als auf die Ordnung der Ehe hin orientiert verstehen könnte, hinaus. Deshalb stellt er den Leib und diese seine bräutliche Bedeutung später auch in den Zusammenhang der Auferstehung. Diese ursprüngliche Fülle der Erfahrung der bräutlichen Bedeutung des Leibes, die das Paar gleichsam als erstes Fest der Menschheit in der Reinheit des Herzens erleben durfte, ein Fest, das von den göttlichen Quellen der Wahrheit und der Liebe herkommend im Geheimnis der Schöpfung seinen Ursprung hat, wird zwar im Sündenfall verdunkelt, aber nicht ausgelöscht. Die ursprüngliche Fülle geht zwar verloren, aber im tiefsten Wesen ehelichen Zusammenlebens, dem liebenden Erkennen der Zeugung und der Fruchtbarkeit, leuchtet weiterhin die bräutliche Bedeutung des schöpferischen Sich-Schenkens und Annehmens als Geschenk des Schöpfers, der Anfang im Heute auf. Wir befinden uns bei diesem Anfang an der Schwelle der irdischen Geschichte des Menschen, die zugleich die Bedeutung des Geheimnisses der Interaktion enthüllt. Die Tatsache, dass die Theologie des Leibes einbezieht, darf niemand, der um das Geheimnis der inkarnatorischen Wirklichkeit weiß, verwundern oder überraschen, denn dadurch, dass das Wort Fleisch wurde, ist der Leib wie durch das Hauptportal in die Theologie eingetreten. Die Menschwerdung ist der letzte Grund und die entscheidende Begründung für die Möglichkeit der Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen, wie auch für den sakramentalen Charakter der Ehe. Die bräutliche Bedeutung des Leibes enthüllt sich in beiden Fällen. Im Falle der Ehe in der Communio Personarum von Mann und Frau, die als sakramentaler Liebesbund ganz in die übernatürliche Wirklichkeit des Christusgeheimnisses im Sinne eines Dreibundes von Christus Mann-Frau hineingenommen ist, im Falle der Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen in der Communio Personarum von menschlicher Einzelperson mit Christus. Noch einmal verdeutlichen sich von hier aus die fundamentalen Aussagen der Genesis für eine Theologie des Leibes. Was dort in der Schöpfungsordnung am Anfang als Communio Personarum verwirklicht und dann durch den Sündenfall partiell durchkreuzt wurde, wird in der Erlösungsordnung grundsätzlich wiederhergestellt und in den Rang eines Sakraments erhoben. Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Christus beruft sich auf das Herz. An dieser Stelle nun geht der Heilige Vater zum zweiten Kapitel des ersten Teils seiner Exegese über, indem er anknüpfend an die Bergpredigt über die Frage der Begehrlichkeit im Herzen des Menschen meditiert. Denn die böse Begehrlichkeit ist durch die Inkarnation des Wortes und die Erlösung nicht automatisch aus dem Herzen des Menschen gewichen, sondern die Reinheit des Herzens von dieser Begehrlichkeit ist ihm als Aufgabe gestellt. Mit der Bergpredigt, dem Herzstück eines neuen christlichen Ethos, das auf innere Gerechtigkeit und nicht auf das Gesetz zielt, leitet Christus bekanntlich eine grundlegende Neuordnung der Art und Weise, das Moralgesetz des alten Bundes zu verstehen und zu erfüllen, ein. Sein Appell an das Herz des Menschen ist positiv, auf die Rückgewinnung einer ganzheitlichen Sicht des Menschen gerichtet. Negativ wendet er sich gegen die Begehrlichkeit des Herzens, durch die die Einheit der Ea als Communio Personarum bedroht ist. Des Näheren ist diese Begehrlichkeit nach Johannes eine Dreifache. Die Begehrlichkeit des Fleisches, die Begehrlichkeit der Augen und der Stolz des Lebens. Früherer Sprachgebrauch, Augenlust, Fleischeslust und Hoffert des Lebens. Die sich nicht einfach hin in der dem Menschen als Objekt gegenüberstehenden Welt befinden, sondern die sich in seinem Herzen eingenistet haben, sodass es selbst als Quelle und Ort der Begehrlichkeit erlebt wird. Die radikale Entfremdung durch den Sündenfall geht wie ein Riss mitten durch das Herz des Menschen, sodass auch die personelle Einheit entstellt und die bräutliche Bedeutung des Leibes von der Begehrlichkeit verzehrt wird. Die Bergpredigt stellt nun die Begründung einer neuen Ethik dar, die durch den Rückgriff auf den Anfang die Gesetzesmoral des Alten Testaments übersteigt. Hatte der Heilige Vater bisher weithin auf der Basis einer theologischen Anthropologie argumentiert, so entwickelt er den folgenden Gedankengang eher im Sinne einer biblischen Ethik. Die Begehrlichkeit macht den Leib zum Terrain der Aneignung durch eine andere Person. Das führt zu einer Bedrohung der bräutlichen Bedeutung des Leibes. Da sich die Auseinandersetzung zwischen der egoistischen Begehrlichkeit und der selbstlosen Liebe im Herzen abspielt, wird dieses zum Kampfplatz. Statt in der Einigung der Communio Personarum die verlorene Fülle des Anfangs wiederzugewinnen, droht durch die Begehrlichkeit die ständige Gefahr, das Personale gegenüber als Objekt der Triebbefriedigung zu missbrauchen. Das will Christus mit der Gegenüberstellung verdeutlichen. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur anblickt, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Matthäus Kapitel 5, Verse 27 bis 28. Das neue Ethos des Evangeliums ist auf dem Hintergrund der geschichtlichen Situation und der Ereignisse des Alten Testaments zu sehen. Gegenüber der Klarheit des Anfangs war die Situation der Ehe im Alten Testament verdunkelt worden. Die Herzenshärte hatte zum Abfall von der einen Ehe geführt. Mehr noch, die Geschichte Jachwes mit dem außerverhältlichen Volk Israels stellt sich auf dem Hintergrund des von Gott immer wieder angebotenen und erneuerten Bundesschlusses und des immer wieder von Seiten Israels durch den Fall in den Götzendienst gebrochenen Bundes selbst als ein Bruch der Treue, als Ehebruch dar. Wie das Verhältnis Jachwes zu Israel, so ist auch das Sein von Mann und Frau ein Füreinander. Der Blick, den man sich zuwirft, die Art und Weise, wie man sich anschaut und schaut, offenbart dabei die innere Beschaffenheit der Zuwendung. Er ist die Schwelle zur inneren Wahrheit oder zur Lüge, zur personalen Fülle der Communio Personarum oder zur begehrlichen, isolierten Sexualität. Dem in der Bergpredigt geforderten neuen Ethos entspricht einzig der Blick der Liebe, der aus der Reinheit des Herzens kommt. Hier wird deutlich, dass es Christus nicht um Einhaltung von Gesetzen und Geboten geht, sondern um die Achtung der personalen Würde. Dieses Ethos ist keine bloße positivistische Norm, sondern es göttliches Gesetz, dem Herzen des Menschen selbst eingeschrieben, auch dem Menschen von heute. Es betrifft den Mensch existenziell. Die Fülle des Anfangs wird zurückgewonnen durch eine innere Schau des Herzens, die sich dann in einem entsprechenden Leben und Verhalten ausdrückt. Das Geschenk der Communio Personarum ist dem Herzen eingeschrieben, und es ist zugleich eine geheimnisvolle Wirklichkeit der Ebenwürdigkeit und Ähnlichkeit von Mann und Frau mit Gott. Empfindet der Mensch zusammen mit der Begehrlichkeit nicht ein tiefes Bedürfnis, die Würde der gegenseitigen Beziehungen zu bewahren, die eben aufgrund der Männlichkeit bzw. Weiblichkeit des Körpers ihren Ausdruck in eben diesem Körper finden? Fühlt er nicht das Bedürfnis, diese mit allem Edlen und Schönen zu durchdringen? Fühlt er nicht das Bedürfnis, ihnen den höchsten Wert zu verleihen, der eben die Liebe ist? Die neue Dimension dieses Ethos ist immer mit der Enthüllung jenes tiefsten Grundes verbunden, den man das Herz nennt. Indem es von der Begehrlichkeit befreit wird, wird zugleich im Herzen der eigentliche Mensch voller sichtbar, Mann und Frau in der ganzen inneren Wahrheit des Gegenseitigen füreinander. Befreit von dem Zwang und der Beschränkung des Geistes, wie sie die Begehrlichkeit des Fleisches mit sich bringt, findet sich der Mensch, Mann und Frau in der Freiheit des gegenseitigen Geschenks, das die Voraussetzung für jedes Zusammenleben in der Wahrheit ist. Das gilt vor allem für die Unauflöslichkeit der Ehe, aber Christus hat dabei auch im Blick jede andere Form der Koexistenz von Männern und Frauen, jenes Zusammenlebens, welches zum reinen und schlichten Ablauf des Daseins gehört. In einem optimistischen Realismus baut Johannes Paul II. auf die Wahrheit der Aussagen Christi, der weiß, was im Menschen ist. Johannes Kapitel 2, Vers 25. Das neue Ethos der Berg predigt, die Reinhardt des Herzens, stellt keine Anklage oder Diffamierung des Leibes, etwa als Quelle des Bösen wie Manichismus dar. Vielmehr verdeutlicht es, dass dieser menschliche Leib von Anfang an zur Kundgabe des Geistes berufen ist, dass sich in ihm Eros und Ethos begegnen, wobei das Ethos zur bestimmenden Gestalt werden muss. Gerade auch die Erfahrung der liebenden Hingabe in der Communio Personarum, wie sie uns die Kulturgeschichte in vielen Zeugnissen der Kunst und Literatur liefert, bestätigen die Wahrheit, die der Heilige Vater hier zum Aufleuchten bringt. Während für das manichistische Entdenken Körper und Geschlechtlichkeit sozusagen einen Gegenwert darstellen, sind sie für das Christentum stets ein nicht hinreichend gewürdigter Wert. Der Papst führt in seiner Exegese die biblischen Grundlagen der christlichen Anthropologie und Theologie des Leibes weit über die drei, wie Paul Ricoeur sie bezeichnet, Meister des Argwohns, Freud, Nietzsche und Marx hinaus, bei denen das Herz des Menschen angeklagt wird, während Johannes Paul II. es schöpfungsgeschichtlich als angerufen in der Wahrheit und aufgerufen zur Reinheit rehabilitiert. Den Weg zur Reinheit des Herzens weist die Spiritualität des Leibes, die aus einer Haltung der Beherrschtheit heraus den Leib achtet und ihn als Tempel des Heiligen Geistes in der wahren Freiheit der Kinder Gottes rein und heilig bewahrt. Das Leben nach dem Geist ist für den gefallenen Menschen ein dynamischer Vorgang nach dem Gesetz der Gradualität. Das Böse, die Begehrlichkeit ist zu besiegen, das Gute, die Reinheit des Herzens zu gewinnen. Wenn der Mensch sich ganz ergreifen lässt durch die von Christus gebrachte Erlösung des Leibes, dann öffnet sich dem Leben aus dem Geist und erreicht die Reinheit des Herzens. Die Forderung Christi ist also nichts Unrealistisches, denn er kennt das Herz des Menschen. Sie zeigt zugleich, dass der Schöpfer dem Menschen den Leib, und zwar in seinem Mann sein und Frau sein, als Aufgabe zur Selbstverwirklichung anvertraut hat, sowie auch besonders das Geschenk des transparenten Zeichens der interpersonalen Gemeinschaft in der Selbsthingabe. Die großen Fortschritte der Biophysik und Biomedizin behandeln den Menschen nur aus einem bestimmten eingeengten Blickwinkel. Die Entwicklung der modernen Wissenschaft vom Leib als Organismus besitzt vielfach den Charakter eines rein biologischen Wissens und trennt oft das Geistige vom Leiblichen. Eine solche einseitig funktionale Betrachtungsweise führt leicht dazu, den Leib systematisch als Objekt verschiedener Manipulationsmöglichkeiten zu behandeln. So hört der Mensch auf, sich subjektiv mit seinem Leib zu identifizieren, weil dieser seiner Würde beraubt ist, die vom tatsächlichen Personsein des Leibes herrührt. Nur die volle Wahrheit der Person aber führt als Theologie und Pädagogik des Leibes zu jener Spiritualität des Leibes, von der schon die Rede war und bei der der Leib dem menschlichen Geist als Gabe und Aufgabe anvertraut ist. Die Reife des Geistes wird zum Zeichen der Person und zur authentischen Materie der Communio Personarum. Erst in dieser geistigen Reife entdeckt der Mensch den Leib in seiner vollen, wahren Bedeutung, vor allem auch für die eheliche Verbindung von Mann und Frau. Die Begehrlichkeit als solche, das machen die Worte der Bergpredigt deutlich, enthüllt dem Menschen diese Wahrheit noch nicht, sondern sie wird dadurch eher verschleiert und getrübt. Die rein biologische Kenntnis des Mann- und Frauseins hilft in diesem Zusammenhang nur dann, wenn sie mit einer entsprechenden Reife der Person einhergeht. Für die Ehe heißt das, nicht manichäische Enthaltsamkeit ist das Ideal, sondern freie Hingabe in der Würde des menschlichen Leibes, die organisch verbunden ist mit der freien Hingabe der Person in der unversehrten Echtheit des Mann- und Frauseins. So gelangt die Reinheit als Zucht und Maß verstanden im Herzen des Menschen zur Reife und zeigt die Bedeutung des Leibes für die eheliche Verbindung der Geschlechter, ihre ganze Wahrheit im sakramentalen Liebesbund der Communio Personarum. Diese ganze Wahrheit muss innerlich erkannt, gewissermaßen mit dem Herzen erspürt werden, damit die gegenseitige Beziehung von Mann und Frau, ja sogar der bloße Blick, gereinigt, von der ungeordneten Begehrlichkeit wieder ihren wahrhaft ehelichen Bedeutungsinhalt erlangt, die als Reinheit des Herzens Hingabe bedeuten kann, also nicht manichäisch in der Abwendung besteht. Zucht ist nichts Negatives, sondern Zuwendung in Ordnung. In dieser Reinheit zeigt sich der Sieg über die Begehrlichkeit und die Wirksamkeit der Gaben des Heiligen Geistes. Die Erfahrung des Leibes, besonders auch in den Beziehungen von Mann und Frau, erhält so ihre ganze Natürlichkeit, Klarheit und innere Freude zurück, die sie im Urzustand besaß. Auf der einen Seite steht also die unerlöste Befriedigung der Leidenschaft, auf der anderen Seite die erlöste Freude der Selbstmitteilung und des Empfangens als Geschenk im Vollbesitz seiner selbst. Die Worte Christi in der Bergpredigt führen das menschliche Herz zu solcher Freude. Ihnen muss man sich selbst seine Gedanken und seine Handlungen anvertrauen, um die Freude zu finden und sie den anderen zu schenken. Die Reinheit des Herzens führt keineswegs zur Verachtung des Leibes, sondern vielmehr zu einer besonderen Achtung vor dem Leib, die auch die Grundlage seiner Darstellung in der Kunst bestimmen muss. Insofern darf die künstlerische Darstellung nicht nur durch die Ästhetik bestimmt sein, sie besitzt auch eine ethische Dimension, die sich unter anderem in der mit jeder Kultur verbundenen Scham ausdrückt, in der die frühe Gewissheit der bräutlichen Bedeutung des Leibes aufleuchtet. Das Schamgefühl ist nichts Negatives, vielmehr ist es ein objektiver Ausdruck. Schutz und Sicherung jenes subjektiven Wissens um die Wahrheit der Person, die in der Reinheit des Herzens, der eine Erziehung zu Keuschheit entspringen muss, ihre höchste Manifestation erreicht. Freud, der Verlust der Scham ist eine Form kulturellen Schwachsinns. In der Reinheit des Herzens wird der neue Mensch wiedergefunden. In ihr fallen Wahrheit, Freiheit, Reinheit, Weisheit, Schönheit und Heiligkeit zusammen. In ihr begegnen sich die ursprüngliche Konzeption des Menschen am Anfang und ihre endgültige Vollendung am Ende im geschichtlichen Heute. Deshalb ist es völlig konsequent, wenn Johannes Paul II. an dieser Stelle schon auf den Zyklus über die Auferstehung des Leibes hinweist, den er dann wegen des Attentats erst im November 1981 beginnen konnte. Aus den Ausführungen des Papstes an dieser Stelle wird ebenfalls schon deutlich, dass Johannes Paul II. seine Ansprachen als Erklärung, Stützung und Ergänzung von Texten des Konzils vor allem Gaudium et Spes und von Humane Vitae verstanden wissen will. Deshalb endet der Zyklus über die Genesis und die Bergpredigt mit einer Aktualisierung, warum diese biblischen Exegesen heute unter Einbeziehung philosophischer, geschichtlicher, anthropologischer, sozialwissenschaftlicher und theologischer Überlegungen so notwendig sind. Zur Selbstfindung und Verwirklichung des Menschen oder des Menschenbildes, das eng mit dem zugrunde liegenden Gottesbild zusammenhängt. Christus beruft sich auf die Auferstehung. Nun folgen Ausführungen des Papstes im dritten Kapitel des ersten Teils seiner Humilien, setzen seine Ansprachen im ersten Teil über die Streitgespräche Christi voraus, in denen dies auf den Anfang sowie auf das Innere des Menschen, sein Herz und die Begehrlichkeit verweist. Im Anschluss daran behandelt er nun die Frage der bräutlichen Bedeutung des Leibes als eines Schlüsselbegriffs für eine christliche Anthropologie. Zwar könnte man den Eindruck haben, dass die Frage der Sadduzea nach der Auferstehung, die sie bekanntlich mit der Geschichte der Frau verbinden, die nacheinander sieben Männer gehabt hat, primär mit der Ehe zu tun habe. Aber der Papst macht an diesem Beispiel deutlich, dass man die Bedeutung des Leibes nicht auf den innerweltlichen Aspekt, auf den Äon einschränken darf. Nur in dieser Welt heiraten die Menschen, gilt die ausschließliche Ausgrenzung zweier Personen füreinander im Sinne ehelicher Exklusivität. Aber die Bestimmung des Menschen geht weit über den durch Zeit und Raum seiner diesseitigen Geschichte abgestreckten Rahmen hinaus. Erst in der Auferstehung findet er seine Vollendung, weil dank Gott alles in allem ist. Die Vollendung aber betrifft Seele und Leib. In der Auferstehung wird der Leib voll durchgeistigt. Sie ist gleichsam eine Vergöttlichung des Menschen und schenkt darum in der vollendeten Harmonie von Geist und Leib auch die vollkommene Verwirklichung des ehelichen und jungfräulichen Menschen. Diese Vollendung hat als Basis das Eintauchen der Person in die Gemeinschaft und Selbstmitteilung der Trinität. Von daher ist jede isolierte Frage nach Heirat und Ehe vom Ansatz her falsch gestellt, wenn man sie nicht eingebettet zieht in die Dimension des Anfangs, des Entwurfs Gottes am Schöpfungsmorgen, also der Geschichte, die zugleich Geschichte des Heils der Erlösung ist, und der Eschatologie der Auferstehung und Vollendung in der Gemeinschaft der Heiligen, in der das innertrinitarische Leben und die Teilhabe daran alles in allem ist. Diese Einbettung aber enthüllt die Frage der Ehe und des Heiratens mit der Sonderrolle, die der Leib, der Mensch als empirischer Ausdruck seines Personseins, in dieser Welt spielt, als eine spezielle Sonderfrage der grundsätzlichen bräutlichen Dimension des Leibes. Wäre also die Auferstehung nicht, so würde die christliche Anthropologie in das Gefängnis der Diesseitigkeit verbannt. Dann wäre jedes sakramentale Reden über Ehe sinnlos. Vor allem aber verliere jede Lebensform des nicht-verheiratet-Seins ihren Sinn. An diesem Punkt knüpft Johannes Paul II. nun an die Ausführungen des heiligen Paulus im ersten Korintherbrief an und stellt dar, wie sich die Auferstehung Christi, der ja ehelos um das himmelreiches Willen war, die Erlösung des Leibes als Beginn der eschatologischen Erfüllung vollzieht. Das revolutionär Neue gegenüber dem Menschenbild des Alten Testaments mit seiner Betonung der Fruchtbarkeit und der leiblichen Nachkommenschaft liegt in dieser Relativierung der Ehe. Relativierung heißt ja nicht Herabsetzung oder Verächtlichmachung, sondern genau das, was das Wort etymologisch bedeutet. Etwas in seinen richtigen Dimensionen erkennen und in einem Bedeutungszusammenhang mit anderen Wirklichkeiten stellen, der die Bezüge, die Ordnung, die Bindungen und Verbindungen verdeutlicht, die das Wesen der Dinge ausmachen. Unter diesem Aspekt ist Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen zwar in der Ordnung dieser Zeit eine besondere Ausnahme und etwas absolut Neues gegenüber der Tradition des Alten Testaments, aber wiederum nicht etwas, als wäre es etwa eine Höherentwicklung, was die Ehe ablöst. Viel mehr erklären und ergänzen sich Ehe und Ehelosigkeit gegenseitig, weil sie jeweils besondere Seiten der bräutlichen Bedeutung des Leibes offenbaren. Will man also eine theologische Anthropologie entwerfen, ein christliches Menschenbild, so muss man über den Tod hinausgreifen und den Status des Menschen, der Person als eines Gemeinschaftswesen, im Zustand der Auferstehung betrachten. Unter diesem Aspekt enthüllt sich dann die Ehelosigkeit, sofern sie um des himmelreiches Willen gewählt und gelebt wurde, als die vorweggenommene Anthropologie der Auferstehung. Das heißt, sie vermag für das gläubige Auge etwas auszusagen über das schon oder doch noch nicht voll sichtbare der eschatologischen Vollendung des Leibes. Um den anthropologischen Entwurf des Heiligen Vaters genau zu erfassen, ist es vor allem wichtig, sich diesen Charakter der Ergänzung von Ehe und Ehelosigkeit zu verdeutlichen. Weil der Mensch sich nur findet und sich selbst verwirklichen kann durch die Hingabe seiner selbst an ein personales Zu, lieber als Bereitschaft zur Ganzhingabe. Sei es in der Form der Ehe, der Sakrament verstanden, eine gemeinsame Hingabe in Gott impliziert, sei es um des himmelreiches Willen in der Form der Ehelosigkeit als einer spezifischen Antwort auf die bräutliche Liebe des Erlösers, ist der Mensch, und zwar gerade auch insofern er Leib ist, mit dem er Hingabe vollziehen, dokumentieren kann. Auf die Communio Personarum, die Personengemeinschaft im Sinne eines Austausches, einer Kommunikation, einer Kommunion hingeordnet. Die Auferstehung als völlige Durchstrahlung, Gott alles in allem, der Einheit von Leib, Seele, Geist unter den Bedingungen der Gemeinschaft der Heiligen im innertrinitarischen Leben, offenbart so auch die volle bräutliche Liebe Christi zur Kirche in ihrer dreifachen Dimension, der Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen und der Ehe, die abbildt, ja sogar reale Darstellung dieses bräutlichen Verhältnisses zwischen Christus und seiner Kirche in der Zeit sein darf. Die Einheit der menschlichen Erfahrung am Anfang in den Dimensionen der Geschichte und am Ende baut in der gegenseitigen Hingabe auch jene Gemeinschaft neu, die die große Gemeinschaft der Heiligen bildet. Unter diesem Aspekt ist nun eher nicht etwas, das gleichsam verschwindet, keine Rolle mehr spielte. Sie löst sich eschatologisch nicht ins Nichts auf, sondern sie ist aufgehoben, weil das, was von Anfang an angelegt war, dort voll erfüllt sein wird, auf die iridische Personengemeinschaft der Ehe. Sie ist am Baustein der Communio Sanctorum. Aber gerade, weil sich die bräutliche Bedeutung des Leibes in der eschatologischen Dimension erst voll enthüllt, ist es möglich, rückwärts gewendet, die Communio Personarum der Ehe in ihrer vollen Fülle zu erfassen. Die Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen, und nur als solche ist sie Zeichen der übernatürlichen Fruchtbarkeit im Heiligen Geist, wird so zum privilegierten, charismatischen Zeichen für die Erlösung des Leibes. Ein außergewöhnlicher Weg, nicht alltäglich und nicht für alle geltend. Jeder muss gemäß der ihm entsprechenden und an ihn ergangenen Berufung handeln. Jeder hat seine Gnadengabe von Gott. Ehe wird dadurch nicht minderwertig, Zölibat nicht überlegen. Der bräutliche Sinn des Leibes gilt für beide. Aber für die Ordnung der Ehe gilt es dabei festzuhalten, dass der Leib Tempel des Heiligen Geistes ist und nicht die Welt, sondern das Reich Gottes das letzte Ziel und die ewige Bestimmung des Menschen sind. Der richtig verstandene Zölibat kann somit, neben seiner funktionalen Seite, einen Schlüssel zum Verständnis des sakramentalen Charakters der Ehe darstellen, wie auch umgekehrt die ehrliche sakramentale Hingabe das Brautschaftsverhältnis Christi und der Kirche abbildet und entschlüsselt und so Ehelose an Eheleuten ablesen können, wie Hingabe aussehen kann. Seht, wie sie einander lieben. Die Hochschätzung der Ehelosigkeit im Evangelium gründet nicht auf einer Abwertung der Ehe, sondern auf der besonderen Zielsetzung um des Himmelreiches Willen. Die Kirche besteht nicht gleichsam aus zwei Klassen, sondern das Maß der Vollkommenheit für beide Wege ist die Liebe, die selbstlose Hingabe seiner selbst. Die bräutliche Bedeutung des Leibes gründet in der personalen Dimension seiner Geschichtlichkeit, durch die der Leib Mittel und Ausdruck personaler Hingabe zu werden vermag. In der freien Verfügung über sich selbst als Geschenk an einen anderen kann der Mensch diese Fähigkeit zur Ganzhingabe entweder in der Ehe als Gemeinschaft mit einer anderen Person oder aber um des Himmelreiches Willen in der ausschließlichen Liebe zu Christus verwirklichen. Beide Formen entspringen letztlich derselben Wurzel, nämlich der bräutlichen Bedeutung und Verfügbarkeit des menschlichen Leibes sowie der Hingabe aus bräutlicher Liebe. An dieser Stelle wird etwas auch für die Ehe Wesentliche sichtbar. Gabe, Geschenk, Hingabe kann im konkreten Fall auch im Verzichten auf leibliche im Sinne von körperlicher Hingabe bestehen. Die bräutliche als hingebende Gabe bedeutende Dimension des Leibes bleibt auch dann gewahrt und erhalten bzw. sie kann sich gegebenenfalls sogar in einer neuen Weise dokumentieren. Selbst Enthaltsamkeit erhält, wo sie nötig bzw. gefordert ist, z.B. bei Krankheit oder in Situationen der verantwortlichen Elternschaft, von daher ihren Sinn, ohne dass dadurch die Hingabe entwertet wird, weil dieses sich enthalten in die bräutliche Hingabe Christi hineingenommen ist. In diesem Sinne enthüllt sich die bräutliche Liebe Christi zu seiner Kirche, die ja die Hingabe des Lebens bis zum Tod am Kreuz umfasst, als einziger und einzigartiger Schlüssel für das sakramentale Wesen der Ehe. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht fünf Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat ca. 3 GB und das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-Stick, Hör-USB-Stick derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten unten in den Shownotes und dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn, so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem, wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal. Eure Barbara.